Wenn man all eure Kabel zusammenhängen würde, wie lang wäre das? Hallihallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die heutige Frage ist, wenn man all eure Kabel zusammenhängen würde, wie lang wäre das? Das ist ganz witzig, weil genau diese Frage hat mir ein Praktikant im letzten Herbst gestellt. Der hat darauf ein Wochenprojekt bekommen, um mal alles zusammenzustellen. Wenn man über unsere Kabel spricht, das sind Kabel aus dem Videobereich, aus dem Licht, aus dem Tonbereich. Da kommt einiges zusammen und am Ende der Woche hat er mir eine Zahl auf den Tisch gelegt mit 62 Kilometer. Also die klipp und klare Antwort 62 Kilometer. Ich freue mich auf eure weiteren Fragen. Ich freue mich, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald, euer Bernd. Tschüss. Bis bald, euer Bernd. Tschüss. Bis bald, du bist bald, du bist bald. Bis bald, du bist bald. Vielen Dank.